Wir haben letztens in Religion in der Schule haben wir über Hinrichtungs... Über Todesstrafen geredet. Und äh... Alter, auf dem Stuhl platzen einem die Augen. Wie ekelhaft ist das denn? Das kann durchaus sein, ja. Äh, Alter! Aber wenn ich deinen Stuhl sehe, passen mir auch die Augen. Vor allem, Alter, da war da so ein Bild bei, ne? Es sah einfach hammer ekelhaft auf. Es war einfach das Doppelte von The Evil Within. Na, das Doppelte. Vielleicht war es dreifacher. Ja, Alter, das war so ekelhaft. Man, das ist ein Eier. Jetzt guckst du ja nicht meine Kisten durch. Nein, Alter, ich hab mich schon... Alter, du hast ne Spinne im Haus, ich hasse Spinne. Hä? Dann musst du sie töten, Mann. Warum hast du das nicht? Wieso hat Tossi ne Spinne im Haus? Ja, weil ich das einfach kann. Achso, hast du grad festgestellt, dass Tossi keine Eier hat? Alles klar. Ja, schon wieder. Und dann wird diese Eier heute echt ein bisschen langweilig, ey. Alter, langsam nimmt das hier Osmar. Lass uns auch diese Eier, willst du noch dreimal bringen? Nein. Na gut, vielleicht. Noch zweimal. Ah, 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 ah. Kurti-Maa. Was macht Hanwe hier eigentlich? Ah, ah, ah. Ich bin bei mir. Fast. Auf dem Rücken der Gloax liegt das Glück der Erde. Wollte man nicht eigentlich irgendwann mal dieses komische Legendary-Pokémon da... Ja, dann finde mal ein Orb, du Wichser. Du Wichser, du... Du Wichser, Mann. Vielleicht kann ich ja ein Zerwitz... Du Wichser. Er ist ein random beleidigende Wichser. Du Arschloch. Du Hausboot. Du dumme Potzo. Du Hausboot, Alter. Da kommt ein fitter Wilmson geflogen. Warum musst du immer auf mein Gefechter willen? Ja, Wilmson, aber du musst... Du musst aber auch zugeben, du bist nicht gerade der Schlankste, ja? Also... Schlankste? Du bist gerade der Klickzutaten. Und Wilmson, Wilmson. Wat? Wilmson, Wilmson. Ja, eine Schlankkiste. Warum war ich eigentlich noch nicht, ja? Da wirst du einfach... Da gehst du rein, dann wirst du schlank. Oh, hier ist ein Legendary Pokémon. Und dann kommt der Jojo-Effekt. Wannst du, dann hängst du dich am Seil und lass dich baumeln? Wow. Ja. Genau so sieht das aus. 65, das wird ein ganz harter Kampf. Oh, ein harter Kampf. Bein hart wie ein Rocker. Bein hart wie ein Schocker. Bein hart wie ein Flaschbier. Flaschbier. Was war das? Flaschbier, genau. Ich wollte schon sagen. Ja, das sag ich dir. Nein, so geht das ab hier, Alter. Okay, Wilms. Ich hab ein Orb. Ja. Ehrlich? Nee, ich fliege. Alles klar, Wilms töten. Thorsten, hast du dein Diaschwert bereit? Na klar, aber als wenn Wilms ein Orb hätte. Ziemlich unwahrscheinlich, aber trotzdem. Man kann es einfach versuchen. Man kann ja mal sein Kadaver durchsuchen. Kadaver. Sims a la bim, Ava Kadaver. Ava da Kadaver. Nix gefunden, schade. So, ich bin in der Luft. Alles safe. Wilms kriegt schon wieder Höhenflüge. So, Guys, ich hab das Orb gefunden. Jetzt können wir... Jetzt können wir... Alter, hast du jetzt wirklich gerade die Dinge abgefahren? Ah! Was denn jetzt? Ich bin vor Ramner gelandet. Vor allem, ich hab das immer noch bei Tossi schreien gehört, Alter. Ja, das war ziemlich laut. Ich hab doch gesagt, ich hol da Holz raus, Alter. Ja, das macht nicht mal Sinn, Ramner. Es ist wie überall Bäume, die einfach mal viermal mehr Holz zu bringen pro Ding. Ja, aber dieses Holz will ich nicht. Ich will das Oakwood, Alter. Dann fliegt doch ein Heim, Alter. Dann hättest du mich mal gefragt, dann hätte ich dir Oakwood-Satzlinge gegeben. Ja, die hab ich auch, aber die brauchen so lange zum Wachsen. Oh nein, dann nimm doch Bohnenmiel, Mann. Hab ich nicht. Alter, nimm das Zelt hier weg. Zellplatz. Du musst uns das Wätschen da überschwören. Komm. Hast du wirklich eins? Zeig mal. Alter, ohne Witz. Zeig. Das wäre fair. Und jetzt rennt Ramner ganz schnell weg. Zerstör ich den Ramner. Zerstör ich den Ramner. Einfach in den Lava laufen oder so. Ja, Alter, warte. Wo war das Ding, was ihr gefunden hattet? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Kann man jetzt mal du gehen? Tosny, du musst jetzt mal kurz aufs Wiki gehen. Oder Ramner. Was soll ich denn da? Warum? Ich dachte, wir wollen das Eisding machen. Ja, das Eisding haben. Was brauchen wir für das Eisding? Machen wir Wasserscherben, oder? Wasserstein. Haben wir Wasserstein? Ja. Ich hab einen Wasserstein. Ich hab nie einen Stein, aber das trinkt glaube ich nicht. Ich hab einen Wasserstein. Ich hab nix an Stein. Ja, du hast einen Wasserstein. Ich hab Blattstein. Nee. Du bist Do und Eisler. Ich hab gar keinen Stein. Dann darf man was zurammern, wenn du's hast. Also, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, wir haben Patz-Situation. Ja, aber ein Orb ist deutlich seltener. Rattler. Rattler. Ich hab auch einen, ich hab auch einen, nee, ich hab einen Feuerstein. Scheiße. Ich hab einen Mondstein. Ich hab auch zwei Donnersteine. Wir können auch das Donner-Pokémon machen. Ja, super. Machen wir jetzt einen Donnerstein? Machen wir ein Donner-Pokémon? Sicher, dass wir schon stark genug dafür sind? Nö. Versuchen können wir's. Das Orb bleibt jetzt oder so, da das Pokémon steht mir da drüber. Sicher? Ja, ich mein schon. Ich will's jetzt machen. Haben wir noch Hyperwelle? Ich weiß, dass du's machen willst, Wilms, ja, aber das geht nicht einfach so, ja? Schmeiß mal her, ich kombiniere die. Alter, ich will's kombinieren, Ramna. Nein, ich will's kombinieren. Gib das her. Nein, gib her. Oh, Gott. Bitchfight, hui. In dem Fall einen Donner-Stein, kein Problem. Hast du auch einen? Ja, ich glaube, ja. Weil ich den meinen muss, ich habe aber mitfalls jetzt auch kein Ast. Ja, warte doch kurz. Das ist ein Mondstein. Wir kommen sofort auf dem Weg. Mondstein hab ich auch, ich weiß gar nicht, wofür die nützlich sind. Für, wenn... Damit kannst du auf den Mond fliegen, Mann. Hast du doch keinen, sagst du? Äh, weiß ich noch nicht so genau. Bin mir nicht sicher. Du hast einen Blattstein. Das ist gut. Ich kann dir... Komm, gib her, da. Ja. Weißt du, wer nicht, wie das geht? Nö. Na, gib her, Alter. Ich weiß, wie das geht. Donner-Op. Ah, okay. Tosny, wo war das? Ja, weiß ich nicht. Ein Donner-Op? Oh, nein. Ich weiß nicht mehr, wo der Tempel ist. Äh, warte, ich muss kurz nachgucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Alter, wir haben jetzt einen Donner gemacht. Wir hätten es nicht machen dürfen, ne? Ja, wir hätten es nicht machen dürfen. Du befindest einfach die... Irgendwo da in die Richtung war das. Das weiß ich. Ja, super, Alter. Wir finden das nicht mehr. Warte mal, Donner hatten doch Denny und ich, oder? Ja, ja, Donner hatten, Denny und du. Okay, warte, dann gucke ich kurz nach. Äh, warte mal. One second. Was ist denn, wenn ich es hin, Ramla? Wahrscheinlich. Technik? Lass mal genug Dings mitnehmen. Der, der es fangen soll, oder der es angreift zuerst, oder whatever, der kriegt ihn halt unsere Poké-Bälle zugebrochen. Ich habe eins, zwei, drei, ich habe, warte nicht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Poké-Bälle bei. Alles verschiedene. Ich habe, äh, sieben Hyper-Bälle und 16 Poké-Bälle bei. Ich habe auch genug auf jeden Fall. Äh, wo waren denn hier Screenshots? Hier sind Screenshots. Alter, das ist ein bisschen wie kompetent Kacke, was? Ich gucke, scheiße. Warte, was wollten wir jetzt rausfordern? Wir wollten Zapdos rausfordern, ne? Äh, dann nehme ich mir mal das Geowatz mit für Ampharos. Und, ja, sonst sind die alle scheiße. Ich bin auch scheiße. Hm, deine Muni ist scheiße. Wupp, wupp. Komm, irgendwie Tag weg. Obwohl das Magma ist zwar schwächer. Dann nehme ich es irgendwie Tag doch mit. Wasser war, Wasser war gut gegen Dings, ne? Wasser war schlecht dagegen. Ehrlich? Nee. Hä? Gut dagegen ist Stein. Wow, ich habe ein Stein-Pokémon. Und Boden. Stein und Boden ist dagegen gut. Wasser ist scheiße dagegen. Richtig scheiße. Eigentlich gut, dass ich vier Wasser-Pokémon bei habe. Ich will es machen. Ich habe auch zwei Wasser-Pokémon bei. Okay, ich gehe mich noch kurz entleeren. Also... Bestimmt ja voll, Torsten. Nein, alles abgelegen. Überleg, überleg, überleg. Ich nicht. Überleg, 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 überleg. Leck, 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 leck. Überleg, 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 was du tust. Nee, das wäre ja langweilig. Na, habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, ich kämpfe mit Onyx. Das ist Level 40. Und Stein. Und zwei Steinen. Du weißt, dass die Pokémon zwischen Level 60 und 70 spawnen, ne? Ja, ist mir noch egal. Alter, das werden wir sowas von überhaupt nicht machen. Das schaffen wir. Ich habe einen Onyx. Kalkhaufen. Ja, mit Onyx ist wahrscheinlich ganz gut, aber ansonsten... Oh, Wilm, du musst noch ein bisschen leveln, sagst du? Das ist mein Plan. Aber ich habe einen Fleckmacher angerufen. Ich habe einen Fleckmacher angerufen. Das wird mir helfen. Das kommt gleich vorbei. Leveling Range in Wild, Level 70. Ah, das sieht gut aus. Es spawnen zu 99% ein Ei, Glowstone oder Redstone. Nein, ja, endlich. Ja, dann hat endlich Wimms wieder zwei. Ach, nee, eins dann. So einfach für ein Ei töten. Warum nickt der Mohn? So, seid ihr soweit, oder können wir los? Warte, ich muss meinen Onyx noch... Weil du weißt, was wir hin müssen? Ja, ungefähr, aber ich weiß nicht genau. Michael, ich habe fast 4,32 getötet. Aber gut, ich schaffe es. Ich glaube, ich nehme meinen Stuhlinor mit. Ich nehme meinen Stuhl auch mit. Ich glaube, ich habe endlich mal einen richtigen Stuhl, Junk. Ist Feuer gut gegen... Nein, aber Feuer ist, glaube ich, besser als Wasser, oder? Alter, lernt doch mal irgendwelche Elemente. Was macht wohl gegen Blitz Sinn? Feuer. Dann hat man einen Feuerblitz. Ja, Feuer, Kugelblitz. Glaube ich, ich nehme Stuhlinor mit. Stuhlinor ist gut. Weil das ist Boden und Eisen. Das ist gut gegen Blitz. Ich habe einen CD mit dem Boden. Warte mal, Torsten, hol dein Pokémon mal raus. Was du meinst. Warte, ich muss kurz meine Hose aufmachen. Hier. Wow. Das ist supergut. Stuhl Junior, Alter. Stuhlinor, Alter. Das heißt bei mir Stuhlinor, Mann. Stuhlinor. Alter, willst du Stuhlinor, Alter? Bei mir ist es Stuhlinor, das ist voll gut. Also da finde ich den ja besser. Das ist absolut... Das ist hässlich, Alter. Ey, der Satz des Pythagoras ist hier. Ja, echt mal. A, B, C. Alpha, Beta, Gamma. Yeah, yeah. Was hat Alpha, Beta, Gamma damit zu tun? Du ziehst in die Winkel, Mann. Ja, weil ich bin Pythagoras, Alter. Ist mir egal. Oh Gott. Kriege ich hier so einen Bluskaufmkopf. Wo ist mein... Oh. Nee, nicht Stuhlinor. Das ist letztlich aus Stuhlinor. Ist ja schön. Äh, warte mal, Alter. Jetzt. Mein Düsseldreff ist schon gestartet. Ui, nein, nein, los. Mir folgen, bitte. Alter, bist du schnell. Was geht bei dir? Keinerseits noch ein bisschen abgehoben bist von deinem Pokémon. Naja, abgehoben. Und jetzt soll immer noch einer sagen, wir sind abgehoben. Du hast ihn jetzt abgehoben, Alter. Ich meine jetzt, weil wir fliegen und so. Du hast ihn jetzt vorabgehoben in seinem 200-abonnenten-Kanal, Alter. Ja, wirklich. Ja, aber. Da kann man sich erstmal echt mal was drauf einbilden, ey. Ich glaube, wir fliegen falsch, oder? Alter, das ist nicht du hast die Ahnung, eigentlich. Naja, gut. Wo ist der Fehler? Ich finde den Fehler. Es ist Tosny. Egal, wir fliegen jetzt einfach. Wird schon passen. Wir fliegen jetzt einfach so lange. Wir fliegen einfach komplett rum. Um die Welt. Richtig, und dann kommen wir wieder zu Hause an. Alter, ohne Witz, ey. Ich bin immer noch geistig zerfickt von meinen Hühnchen, ey. Ich habe schicken McNuggets, ey. Hast du das Hähnchen mit nichts rausbekommen? Nee, das ist nicht hoch genug geflogen, bestimmt. Das ist einfach unten in den Narben verbrannt. Was für ein Fotzenhühnchen. Oh, ich habe den Ort nicht mitgenommen. Wird es ernsthaft? Doch. Das wäre es jetzt gewesen, weißt du. Stehen wir so davor. Ach, scheiße, ich habe was vergessen. Was machen wir denn? Was brauchen wir nochmal dafür? Das ist eine komische Kristallkugel, oder? Kann man die essen? Oh, ich habe sie verschluckt. Bin leid. Ach, nein. Warte mal, in irgendeiner Serie hat doch irgendeiner mal das Hauptelement verschluckt. War das bei Herr der Ringe? Nee, ne? Ne, doch. Der Herr der Ringe verschluckt. Und der Ring, genau. Ja, das war auch keine Ahnung, wo das war. Ich weiß nicht, das sind eine ganze Menge Pokémon hier unten, ey. Na ja. Komm mal, alle. Nee, das muss so. Hä? Ganz schön Menge Pokémon hier unten, ja, das muss so. Ja. Tschüss. Habt ihr da alles spawnen lassen? Ich bin so Dänkchen. Chloric ist so fett. Ach da. Ich schwöre so eine Menge Pokémon unten. Toss, nee, weißt du wen. Ida ist Hypno, ey. Der will ja Kinder umbringen. Wat? Ich bin so Hypno. Ich bin wieder Ky- Da ist ein Reitschuh. Das zieht den Schuh an. Alter, ey. Das ist ein reifer Schuh, ne? Der Reitschuh, jawohl. Ein reifer Schuh. Alter, Tossi, ich fliege doch nicht so hoch. Ja, sorry, ich bin ein bisschen hochgeflogen. Ja, weil wir vor allem mal keinen guten Tempel sehen, wenn man so weit oben ist. Ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nein, das ist bei dir immer so. Abgehoben, Alter. Mit 30.000 Euro Schulden. Was ist das denn? Ach, das ist ein Torpedo. Oh, du Chor. Das war mein Torpedo. Was ist los, Alter? Wie viel Penisblitze haben wir heute noch? Ganz schön lange. Aber das ist ein Imperator. Boah. Ich störe mich selber umbringen. Ich störe mich selber. Alter, Tossi, damit müssen wir doch fliegen. Das war, glaube ich, bei irgendwas mit minus 6.000. Wir sind gerade bei minus 1.000. Oh Gott, Alter. Hähne ich jetzt? Ja. Und vor allem, warum glaubst du? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Screenshot leider nicht mehr. Was? Alter, wir fliegen jetzt also in nichts. Ja, wir fliegen jetzt auf gut Glück. Alter, ist das euer... Ist das dein Ernst, Tossi? Ja. Alter, kann man mal den Reiseleiter verklagen? Alter, wenn... Hallo, das sind Abenteuerreisen, ja? Die machen wenigstens Spaß. Ich fühle mich ja wie bei der Deutschen Bahn. Es handelt, verhandelt und viel zu heiß, wenn nicht jemand da rausgefallen ist. Das ist ja ab und zu. Bist du das dann hinter uns, Wimms? Ja, mit ein bisschen Abstand. Ich habe einen Tentacher gefunden. Ich gebe dir mal gar nicht Tentacher, Alter. Du bist ein Tentoxa, ein Wichser. Du Wichser. Du Wichser, ey. Ah, ich bin gegen ein Pokémon geflogen. Oh nein. Kannst du mal die... die Dinge jetzt anrufen? Müssen wir den Pokémon-Arzt anrufen? Wo gab es nochmal die Tempel? Im Dschungel? Nee, überall. Nee. Überall, ja. Und es war auf einer freien Grünfläche, soweit ich weiß. Kannst du dich an irgendwas beinternieren? Nee. Warum hast du dich eigentlich einfach in der Aufnahme nachgedacht? Toll, jetzt bin ich runtergefallen, was gelegt. Leute, ich bin wieder raus. Oh Mann. Alter, ey. Jetzt liegt nicht mehr so aus. Das kann nicht wahr sein. Es wird schön, wenn Tosti nicht über das Meer fliegt und dann austimt. Oh ja, über das Meer. Bin im Wasser gelandet. So viel weiß ich. Hey, wo bist du? Weil das ist keine richtig. Was, ihr habt ne Umkleider gefunden? Ne, Grünfächer. Ja, ne Umkleider. Eine Umkleider. Komm, wir warten ja auf den Baum auf Tosti. Oh, ein Pokémon-Center. Oh. Yay. Endlich mal wieder Wolle. Jetzt geht es mir so. Ja, hier ist alles drin. Ernsthaft? Nee, unernsthaft. Aluminium. Toll, ich glaube, Pixelmon startet nicht mehr. Alter. Boah, der nächste Danny, ey. Der nächste, der rausgeflogen ist. Alles abgehoben. Ja, wirklich. Weißt du, eine Folge dabei, weißt du? Und voll Spain geworden, ey. Ja, ich wollte... Eigentlich war das mein Plan, ja. Ich wollte euch jetzt in die Irre führen, ja. Irgendwohin fliegen und dann einfach kaputt gehen. Kaputt gehen. Oh, kaputt. Ich bin kaputt gegangen. Alter, Pixelmon, was ist denn mit dir eigentlich jetzt los? Bist du im Arsch, oder was? Ja, ich weiß nicht, wer im Arsch ist. Boah, Alter, Rammel, ey. Pixelmon ist offline? Ja, ist immer so. Ah, jetzt startet es wieder. Jawohl. Ich bin Pokémon da, Alter. Guck dir mal den Kackhaufen an. Danke. Lichtel, Alter. Das ist doch Pokémon Center. Ist auch schon drinnen. Ehrlich? Nee. Es ist nicht mehr Jungfrau. Oh.